Untertitelung des ZDF, 2020 Otto K., du kleiner Engel, bist ein richtig schlimmer Bengel. Doch manchmal macht ein schlimmer Bengel gute Sachen wie ein Engel. Otto K., lässt sich nicht bitten, hängt das Mädchen auf den Rücken. Er liefert es zu Hause ab, die Mutter ist für Freude klasse. Otto K., du kleiner Bengel, denn bist du echt ein lieber Engel. Nicht Petrus und Pultin hinauf, Otto K. stellt eine neue Mannschaft auf. Otto K., du kleiner Engel, bist ein richtig schlimmer Bengel. Doch manchmal macht ein schlimmer Bengel gute Sachen wie ein Engel. Otto K., du kleiner Engel, bist ein richtig schlimmer Bengel. Doch manchmal macht ein schlimmer Bengel gute Sachen wie ein Engel. Ha! Ja, das war die Geschichte von kleinen Engel Ollumka. Also denkt dran, ihr lauscht gut. Auch mal drauf sein, was Gutes machen, gell? Das dreht sich gar nicht. Und hier lang? Wir werden Weihnachtszeit, tschüss. Und hier werden Weihnachtszeit, tschüss. Und hier werden Weihnachtszeit, tschüss.